Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO! Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um Apex. Ich habe endlich meinen Apex Lugia abgeholt und somit kann ich euch jetzt endlich zeigen, wie mein Ho und mein Lugia geworden ist. Habt ihr nämlich bisher so im Video nicht gesehen. Im Livestream habe ich euch vielleicht meinen Apex Ho mal gezeigt, aber sonst noch nicht. Die Spezialforschung Meisterwerkforschung Apex konnte man nur erhalten, wenn man sich bei der GoTourYoto ein Ticket gekauft hat. Das war zum Beispiel 26. Februar 2022. Ja, schon eine Weile her. Die Forschung war auch ganz schön krass. Also man musste schon einige Dinge machen, wie zum Beispiel 10 Eier ausbrüten, 50 Geschenke verschicken, 100 Feldforschungen abschließen, 100 verschiedene Pokémon fangen, 30 Team GO Rocketrübel besiegen. Also da war ganz schön was dabei. Man musste aber auch Giovanni besiegen und deswegen konnte ich meinen Lugia nicht abholen. Es gibt einige in der Community, die haben ihr Lugia auch noch nicht abgeholt, weil sie entweder es nicht schaffen, jeden Tag ein Herz mit ihrem Kumpel zu verdienen oder weil die App einfach nicht richtig zählt. Also dass sie halt immer wieder resettet wird, obwohl man jeden Tag sich ein Herz geholt hat. Von Lugia und Ho gibt es zwei unterschiedliche Kryptoformen. Es gibt einmal die ganz normale Kryptoform und einmal die Apex Kryptoform. Die beiden unterscheiden sich im Endeffekt von der Attacke. Ein Apex Kryptoho beherrscht Läuterfeuer Plus und wenn man es erlöst, bekommt es Läuterfeuer Plus Plus. Sofern man die Attacke nicht vorher ausgewechselt hat. Apex Krypto-Lugia kann Luftstoß Plus und wenn man es erlöst, bekommt es Luftstoß Plus Plus. Ob man einen Apex erlösen sollte oder welches von diesen Apex Kryptoformen denn besonders gut sind, dazu habe ich euch schon mal ein Video gemacht. Dieses Video werde ich euch am Ende und in der Infokarte verlinken. In der Theorie hätte ich Giovanni schon lange besiegen können. Wäre für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe ja genügend Super-Rocket-Radare, aber ich wollte einfach kein zweites Latias. Es hat sich halt so blöderweise so ergeben, dass Giovanni Latias bekommen hat und ich genau in dem Zeitpunkt das Lugia noch nicht verdienen konnte. Also ich war noch nicht auf der Seite, dass ich Giovanni besiegen soll. Am Samstag, den 9. Juli, hat Giovanni ein neues, krypto-legendäres Pokémon erhalten und zwar Latias. Passend dazu gab es natürlich auch eine Spezialforschung. Diese Spezialforschung bekommt man aber nur, wenn man eine aktuelle Giovanni-Forschung abgeschlossen hat. Bei mir war es zum Beispiel jetzt die Latias-Forschung. Die war noch nicht fertig und deswegen habe ich die Forschung am Samstag auch nicht bekommen. Die Spezialforschung Feldnotizen Team-Gorocket ist zeitlich begrenzt. Man kann sie ab dem 9. Juli bekommen und nur bis 1. September im Spiel erhalten, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt hat. Die Voraussetzungen sind, soweit ich weiß, einerseits, ihr müsst alle anderen Spezialforschungen mit Giovanni erfüllt haben und falls ihr noch nie eine Giovanni-Spezialforschung erhaltet habt, dann müsst ihr sogar noch eine ganz andere Voraussetzung erfüllen. Das müsste ein langer Schatten, also es gibt andere Spezialforschungen, die abgeschlossen werden sein müssen. Also am besten schaut ihr, dass ihr alle Team-Gorocket-Spezialforschungen abgeschlossen habt. Wie ihr gerade im Gameplay sehen könnt, ist mein Apex-Ho-Ho 87% geworden. Und witzigerweise, spoiler ich jetzt schon mal, das Lugia ist auch 87% geworden. Wie sind denn eure Apex-Pokémon denn so geworden? Das könnt ihr mir ja schon mal in die Kommentare schreiben. Das Kampfwochenende oder zumindest das aktuelle Event war ganz schön anstrengend. Ich habe halt versucht, jetzt alles am Wochenende zu erledigen, weil die nächsten paar Tage geht ja normalerweise nicht viel. Ich bin froh, wenn ich meine 200, 300 Pokémon pro Tag gefangen bekomme und das war es dann eigentlich auch schon. Bei bestimmten Aufgaben wie Raids oder Go-Kampf-Liga komme ich dann meistens gar nicht zu. Nun würde mich interessieren, wie es bei euch aussieht. Habt ihr denn schon alles abgeschlossen, was in diesem Event denn zur Verfügung stand? Oder müsst ihr tatsächlich noch was machen? Bis Dienstag habt ihr ja noch Zeit. Die letzte Seite von der Apex-Forschung lasse ich mal stehen. Im Endeffekt ist es ja nur noch Sternenstaub, Erfahrungspunkte und Lugia-Bonbons abholen. Und das möchte ich dann, falls ich dran denke und ein Glücksei und ein Sternstück anhabe, dass ich dann diese Forschung dann endgültig abhole. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal, Batsch! Bis zum nächsten Mal, Batsch!